Wenn wir mit unserem zivilen Ungehorsam Gesetze überschreiten, dann ist es deswegen, weil wir auch wissen, dass eine Macht des Staates nicht absolut ist. Sie hatte andere Koordinaten und diese Koordinaten waren einfach international. Die Veränderungen in der Straße sind bei den Menschen viel wichtiger als die Veränderungen in dem Parlament. Ich spreche vor 100.000 Menschen in der Rose Bowl am 6. Juni mit Jane Fonda, Bob Dylan und John Beis. Sie gab uns Hoffnung, sie gab uns eine Straße. Petra war keine typische Deutsche, die kam aus der Welt. Für die Grünen 5,6. Sie haben sich gewonnen auf 100 Ebenen. Ich bin eigentlich aus einem typischen Frauenhaushalt. Meine Omi hat mir auch eine ganz nötige große Portion von, ich würde sagen, Ungehorsam gegenüber Kirche, Männerbünde gelehrt. Ich habe auch gespürt, dass ich entweder als emotional, hysterisch oder lesbisch oder verrückt dargestellt werde, aber dass ich nicht denken kann angeblich. Ich werde weiterhin verbissen bleiben, ob ich die Wahlen gewinnen werde oder nicht. Wir haben es auf dich abgesehen. Wir werden dafür sorgen, dass du physisch und psychisch ruiniert wirst. Sie bekam Pakete nach Hause geschickt mit blutiger Wäsche. Sie hatte sogar Morddrohungen. Kernkraftwerke sind wirklich besser gebaut als sie. Sie kommen an, heute warst du auch nicht im Bett, oder wie? Well, I think time is running out. Damals war das eine richtige Zuspitzung. While we're speaking here, there is a war already in order, a war causing misery, causing death. And we're sitting here speaking about it and nothing is happening. Meine Liebe zu Gerd B. ist tief und kompliziert. She was with Gerd for 10 years. Für mich persönlich bleibt die Frage, wer Gerd Bastian wirklich war. Nach meiner Auffassung hatte sie ermordet. Muss das so brutal sagen? Viele möchten immer, dass die Peter nun endlich mal stoppt. Aber sie ist nicht zu stoppen. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Vielen Dank.